Wir untersuchen neue Formen des bürgerschaftlichen Engagements, also Engagementformen jenseits von Wählengehen, Mitgliedschaft in Parteien oder Engagement in Verbänden. Unser Untersuchungsbereich ist der nachhaltige Konsum, also beispielsweise Kauf von Bioprodukten, Fairtrade-Produkten, aber auch verändertes Konsumverhalten. Und das Neue ist insbesondere bei uns im Internet zu finden, wo sich mehr und mehr Bürger untereinander vernetzen zum Thema nachhaltiger Konsum, sich beispielsweise an Unterschriftenkampagnen beteiligen oder Erfahrungsberichte über ihren Konsumalltag schreiben.